ARD Text im Auftrag von Funk Spuren aber zurück, Spuren. Was um alles in der Welt? Ist das nicht der Meister? Wir sammeln die Schatten der besten Musiker. Wenn ich ihre Schatten fange, habe ich ihr Talent, ihre Träume und ihre Seele. Dem gehört auch ihre Musik mir und ich habe das beste Orchester der ganzen Welt. Himmelgrüner Glöckchen schnabelt, ich habe gar kein gutes Gefühl. Von diesem Kerl gehören wir noch. Wenn das nur mal gut rauskommt. Oh, was? Mein Schatten. Das Ding hat nicht nur meinen Schatten gestohlen, sondern auch meine Musik. Hören Sie doch mal. Sehen Sie, ich kann gar nicht mehr spielen. Wir können doch jetzt auf gar keinen Fall aufgeben, Himmelgrüner Glöckchen schnabelt. Der Meister stößt sonst immer weiter und übernimmt Amandinas Zepter über die ganze Weltmusik. Wir müssen dem ein für alle Mal einen Strich durch die Rechnung machen. Schnell, glaube ich, Benji wird immer schwächer. Ich habe schon eine richtig Globymässige neue Idee. Diesmal könnte es wirklich klappen. Ich bin schliess in der Globy und der Globy hat noch viele Reserven, wenn es sein muss. Ich bin schliessig. Juppi! Schleifung. 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 Vielen Dank.